Willkommen zu dem Medikal-Technologie-HUB Tuttlingen. Hier in Baden-Württemberg findest du die Headquarters von ESCULAP. Der Medikal-Technologie-Specialist ist Teil des B. Braun-Grupp und manufaktiert Medikal-Devices für Surgery und Orthopaedics, mit Trumpf-Lasern. Wir haben eine sehr hohe Produkt- und Materialvielfalt sowie wechselnde Serien und wir fertigen an unterschiedlichen internationalen Produktionsstandorten. Die Anforderungen in der Medizintechnik sind enorm hoch und das spiegelt sich natürlich auch in den Anforderungen an unsere Produkte wieder. Wir haben ca. 30.000 Artikel in unserer Beschriftungsdatenbank, die beschriftet werden müssen aus verschiedensten Produktgruppen, Produktfamilien. Hier die Herausforderung, diese alle auf einem Standard zu beschriften, ist sehr hoch. Wir haben lange mit Trumpf zusammengearbeitet, um hier ein Maschinendesign zu finden, das quasi diesen Anforderungen entspricht. Die Vorteile des Ultra-Kurzpuls-Lasers sind, dass wir durch die Mikrostrukturierung eine sehr hohe Qualität und Langlebigkeit der Beschriftung erreichen können. Ein weiterer Vorteil hingegen der Kurzpulslaser-Beschriftung ist, dass keine Verbrennungsrückstände auf den Produkten zurückbleiben. Dadurch entfällt das manuelle Abreinigen und wir haben viel mehr Möglichkeiten für die Automatisierung. Mit einer Test-Systeme der TrueMicroMark Ultra-Short-Pulsed Laser, Felix Schmidt und Marc Laufer, mit ihren Teams und End-User, begannen in Tuttelingen, in 2020, running trials für sechs Monate, unter Produktion-Conditions. Wir haben diese Einwohner zu dem Maschin-Konzept und entwickeln ein Standort, die jetzt mit ihren Kollegen in anderen Ländern zusammenbinden. In China, die Schleimel-Beschriftung in den Diensten, wir nutzen drei Zul-Beschrift-Kleimel-Beschrift-Kleimel-Pugel-Dabkirchen durch die über über 100,000 Mögen Schleimel-Beschrift-Kleimel-Dabkirchen. Diese Kiefer in verschiedenen 온 messer Works die Situation von 10 von bis 200 von auft. Häuser Wir brauchen das Kiefer-Werkung Wir brauchen die Kiefer-Werkung för circuit-Werkung und höherer einerveszinnost qualifier und das verlinkt ist die Technologie In China, der Unternehmen sehr gut ist. Wenn die Anzeige vorhanden ist, kann man schnell helfen. Die Behandlung wird in ein paar Stunden. Das ist, dass wir uns vorhanden, die Anzeige Zeit zu verhindern.